Woche 36 Wirkliche Gnade Wenn jemand inmitten dieser Welt aus Staub und Getöse sich selbst vollständig als Opfergabe bereitstellt und sich verzehrt in der Flamme der Sehnsucht nach göttlicher Liebe, dann gibt es eine ungeheure Explosion. Das ist Gnade. In Klamas Swami Krishna Bremer Roland Nixon Wenn die Zweifel am bisherigen alten Leben größer werden als die Furcht vor der Wahrheit, dann ist das ein Gnadenmoment. Gnade ist letztlich der Wunsch Krishnas nach der Seele selbst. Gnade fließt, wenn man sich der Hilflosigkeit ergibt. Wie viel wird getan, um vor der Hilflosigkeit zu fliehen? Dafür kann man sogar spirituelle Lehren konsumieren. Endlos viel Energie wird investiert, die Maschinerie aufrecht zu erhalten, den Schrecken dieser Schwäche unterdrückt zu halten. Der innere Weg lehrt, einen Schritt weiter zu gehen und dann augenblicklich die Aufgehobenheit darin zu erfühlen. Jenseits unseres Willensbegriffes oder intellektuellen Verstandes gibt es ein Mitwirken, ein Mitgestalten Gottes. Es ist die freie und unverdiente Gunst Gottes, die Gnade, seine Sehnsucht nach uns. Das Geschenk der grundlosen Gnade beinhaltet doch immer eine Aufgabe. Es darf nicht passiv weiterwartend rezipiert werden. Diese Gabe will eine Antwort von Seiten des Menschen, welches sich in einem Dialog mit Gott weiterentwickelt und somit Schritt für Schritt in die allumfassende Liebe einmündet. Es bleibt etwas Unverbesserbares, auch in all meinen noch so guten Bemühungen drin, was nur von Gott selber vollendet wird. Theologisch ausgedrückt nennt man dies die Gnade. Je mehr sich ein Mensch auf die Liebe einlässt, umso evidenter werden ihm die Reste. Das, was er aus sich selbst heraus nicht zu erfüllen vermag. Deshalb gehen Demut und Prima immer Hand in Hand. Das Wort gratis, das Unentgeltliche, stammt entymologisch ab vom lateinischen Wort gratia, Gnade. Es ist das, was man sich selber nicht mehr zu geben vermag, also die Intervention Gottes. Es ist die Erfahrung von Gnade jeder Gunst, dass sie gänzlich umsonst gegeben wird, ständig vorhanden ist. Jede Bemühung in Bhakti zielt nicht auf Selbsterlösung hin, sondern erweitert in einem selber nur die Empfängnisbereitschaft dieser Gnade.